aron was guckst du denn da wo daniel wir hatten am wochenende doch so ein geiles erst event für lokale da hatte man learn to play draft und starter deck turnier ja und das war gar nicht so klein aber wir haben noch was viel besseres für euch und damit starten wir die frage die frage ist jetzt zeigt das nicht ich zeig das nicht dürfen wir das überhaupt zeigt dass wir dürfen das glaube ich nicht aber ja ich habe hier so ein zettelchen draufsteht wir dürfen aber das zeigen was wir machen wir gucken guck mal das liegt drauf und was das bedeutet seht ihr jetzt gleich bei uns so willkommen zurück der aaron und der daniel wir erklären euch jetzt die lokana disney lokana liga und was genau es damit auf sich hat und was das ist und so weiter und so fort diese ganzen infos bekommt ihr jetzt gebündelt von uns beiden in diesem video und eine liga bedeutet ja immer irgendwas kontinuierliches oder so man hat spiele man muss spielen das geht über längeren zeitraum und so weiter und so fort und ja bei disney lokana steht natürlich spielen im vordergrund die die gemeinschaft das sammeln das tauschen und da gibt es gar nicht so offizielle große turniere sondern hier ist es ja sogar so was theoretisch wenn du mit verschiedenen sachen kommst die alle hier diese diese sondersachen erfüllen das sogar mehr bringt als wenn du nur gewinnst ja genau weil bei diesem spiel steht das spielen im vordergrund und nicht das gewinn und nicht das kompetitive aber was das bedeutet und was dafür belohnungen gibt die seht ihr natürlich jetzt alle gleich bei uns und fangen wir einfach mal ganz einfach an und ich zeige euch mal den spielplan oder dass den plan des ganzen wir haben hier die disney lokana league da steht noch mal alles gebündelt auch drauf hier oben man muss quasi punkte sammeln und es gibt drei liegen die jeweils vier wochen gehen genau das war eine saison korrekt eine saison hat vier wochen nein was wie viele wochen nein drei mal vier wochen dreimal vier wochen genau eine eine runde hat vier wochen und eine saison hat drei runden also zwölf wochen genau so das sieht wie folgt aus wir haben hier eine große tabelle da kann man seinen namen hinschreiben schreibst du da schon aron hin oder schreibt da mach es nicht kaputt ich hätte es auch vielleicht mit edding drauf geschrieben okay mach es nicht ich hätte jetzt danny daniel und aron hingeschrieben genau deswegen aber mit edding mit edding ist das schöne und das sollten wir tun richtig also die liga sieht wie folgt aus wir haben hier eine große eine große tabelle mit ganz ganz vielen kleinen spalten und dingen so da kann man sich natürlich ein eintragen weil da steht ja name norm und name also name norm ich glaube ich das französisch und so weiter und so fort ja und man erkennt da auch in der wochen hat man zehn spalten zehn spalten jede woche das heißt richtig ihr könnt jede woche bis zu zehn punkten sammeln punkte punkte sind wie folgt das sind übrigens so aufkleber das finde ich auch cool die wandern dabei das sind nicht irgendwelche das erinnert mich an mein fitnessstudio ja da kriegst du auch da musst du aber die machen kreuzen hast du punkte es ist dieses sommerfest aktuell gibt es wieder punkte zusammen ach ja stimmt mit aufklebern genau also hat man punkte die bekommt man dann auf die wochen einge aufgeklebt je nachdem man kann bis zu zehn punkten maximal in einer woche sammeln aber wie bekommt man den punkte ist ganz einfach erklärt ich finde es ja cool dass es nicht nur eine version gibt im prinzip sondern es gibt in groben drei varianten wie man punkte sammeln kann ja einmal wenn man überhaupt kommt kriegst du einen punkt beim kommen schon zur eine liga runde also wenn du dich angemeldet hast also wenn ihr vorbeikommt und sagt hey wir wollen liga mitspielen dann tragt ihr eure runde ihr kriegt dann quasi wenn ihr kommt für woche eins direkt schon mal einen punkt genau ihr müsst nur erscheinen reicht da vollkommen aus tragt namen ein sagt hey ich bin da dann kriegst du direkt einen punkt dann gibt es natürlich das übliche für ein match gewinnen gibt es zwei punkte ja also man kann der einen seite könnte man hart spielen um diese punkte dann zu sammeln aber auch beim verlieren kriegt man punkt ja also heißt das im prinzip müsstest du in einer woche maximal zehn spiele gemacht haben und die alle verlieren und somit hast du dein ziel erreicht für die woche aber das ist ja nicht alles es gibt ja noch mehr zum beispiel es gibt es gibt noch was viel cooleres wie mir noch viel leichter punkte sammeln finde ich und zwar in dem er jemanden locker dabei bringt das ist super einfach nämlich auch zwei punkte das finde ich übrigens sehr sehr schön die idee dass man cool dass man leuten einfach sagt hey ich bring dir locker dabei und kriegst für deine woche schon zwei punkte das ist super und auch wenn du nur jemanden mitbringt zum spielen wenn er zu zweit kommt kriegt den punkt jeder weil ihr habt ja jemanden mitgebracht bring a friend gibt einen punkt richtig aber jetzt kommt das coole das mega coole was ich so absolut ich wollte gerade texty sagen so absolut cool und mega nice finde was auch wieder zeigt dass das ganze spielen einfach im vordergrund steht ist dass du so genannte errungenschaften oder achievement hast so weitere aufgaben die du machen kannst um punkte zu erreichen das einfachste für euch alle sieht einfach wie der aaron der hätte jetzt einen punkt ja da hat ein stitch t shirt an wenn auf deinem kleidungsstück ein disney charakter zu erkennen ist kriegst du einen punkt geil super einfach und ich nehme an wir sind da sogar sehr kulant und egal was das findet ist der p ist es zählt ja disney ist mittlerweile sehr groß geworden sind wir mal aber ich finde dass das nächste finde ich so viel cooler eigentlich dass deine also das hat das sagt quasi dein deck muss nicht mal high competitive sein und das absolute oberburner megadeck sein sondern wenn du ein deck hast was zum beispiel viel flavor hat weil es nur aus zwei franchises von disney besteht zum beispiel wir haben nur aladdin und nur ist der und lilo und stitch charaktere in deinem deck also dann bekommst du einen punkt die ideen für die tiefmanns hier cool also wer den lokana stream von ravensburger verfolgt hat zum release da gab es ja auch schon achievements und das können so kleine aufgaben sein ich finde das hier zum beispiel auch cool alle für einen habe alle drei musketiere im spiel ja dann kriegst du dann kriegst du extra punkte so das ist ich finde ich finde es mega habe drei verschiedene magier oder magierinnen im spiel es ist super cool also die achievements sind sehr sehr cool die schreiben wir euch natürlich alle in die kommentare beziehungsweise schreiben wir dann in unserem insta post genau hin was es bedeutet und wie das aussieht und wir werden dann natürlich auch weitere hinzufügen weil das ist auch gewünscht dass man sich als store noch mal selber was dazu überlegt und da seid ihr natürlich auch herzlich dazu eingeladen wenn ihr coole ideen für sowas habt zum punkte sammeln schreibt so wird euch natürlich auch immer weiter dann für die liga wenn ihr eine coole idee habt wir übernehmen die und dann vielleicht gibt es dann auch noch punkte wenn der coole ideen bringt warum nicht bringt eine coolste idee wir bringt bringt dann bringt deine coolste idee mit gibt einen punkt so jetzt kommt das wichtige wir haben jetzt angenommen wir sind jetzt woche wir haben woche 1 geschafft sind da angekommen haben alle zehn punkte einer hat acht punkte und der andere drei unter anderem nur eins dann passiert nämlich wie folgt der mit den meisten punkten ja eine woche also eine runde ist es dann keine runde sind vier wochen eine runde ist vier wochen kriegt man nach der ersten woche auch schon was oder sind es immer gebunden an die vier wochen an die genau ich glaube nach den vier wochen ist es so genau weil angenommen wer hat wir haben alle vier wochen gespielt und einer hatte 40 punkte einer hat nur zwei punkte weil das mit öfters geschafft hat und einer hat sagen wir mal 30 punkte dann darf sich der mit den meisten punkten eine dieser drei promos nein zwei dieser promos heraussuchen wir haben einmal die isma da kennt man auch gut unten an dem promo symbol dass es eine promo ist ja dann haben wir dann hey hey auch erkennt man am promo symbol und die mickey maus das sind unsere ersten drei promo karten die man bekommt wir können schon mal direkt dazu sagen das sind englische promos genau wir sollten aber rahmsbahn nachfragen ob man auch deutsche promos kriegen das wäre für alle die ja nur deutsch spielen wollen ist ein bisschen doof genau so der mit den meisten punkten darf sich dann zwei dieser karten heraussuchen und dann jeder der mindestens drei punkte hat kriegt eine zufällige promo genau es werden immer gesagt zwei verschiedene promokarten damit sich aussuchen man kann ja zweimal das genau dass es werden quasi in jeder in allen vier wochen werden immer maximal 24 promos verteilt also acht von jeder dann hat man insgesamt für drei mal drei runden 24 insgesamt von den promos so das bekommt man am abschluss der vier wochen kriegt man diese wunderschönen promos so aber daniel ja die liga ist ja nach drei nach vier wochen nicht durch sondern wir spielen ja drei runden also gibt es ja noch mal was nach den runden genau also wie schon gesagt nach jeder runde bekommt man promokarten diese plus am ende einer saison also am ende nach drei mal vier wochen also zwölf wochen gibt es dann das gibt es erst am schluss du zeigst noch was wir am ende von der einen runde kriegen auch schon gibt es da die pins dann ja zwei pins gibt es da theoretisch hier insgesamt okay also du meinst du wir reden jetzt von den dingen hier meinst du das da genau guck mal da haben wir eine wunderschöne ariel und ins gar gibt es dann noch gleich und dann gibt es auch noch deswegen hat der aaron die die spielanleitung ich habe hier so ein cheat cheat denn den cheat cheat also da drauf steht was genau passiert genau und einmal den scar anhänger und den bekommt man schon nach den ersten vier wochen zwei stück jeweils an die mit den meisten punkten jede runde im prinzip vier wochen spielen die wir den meisten punkten kriegen das also die mit den vier meisten punkten kriegen die wenn es einen gibt der die allermeisten hat dafür also die dürfen sie der reihenfolge nach raussuchen ansonsten werden die zufällig verteilt oder man einigt sich das ist uns natürlich mit immer am liebsten wenn der eine keine ariel will eine andere ist gar ist einfach verteilt so hätten wir jetzt mehr leute würden die verlost werden unter dem mit den meisten punkten ja so aber dann haben wir ja nicht nur die runde sondern wir haben ja dann noch die saison und zur saison kommen die anderen sachen okay jetzt verstehe ich jetzt bin ich jetzt bin ich wieder zurück ich habe es verstanden gut also hat man mindestens acht punkte in der saison erreicht habe ich das jetzt richtig vorgelesen ja dann bekommt man soll so einen pin gibt es natürlich mehr leute wie es pins gibt wird es wieder verlost aber diesen pin bekommt man wenn man mindestens acht punkte hat also heißt der mann oder der der mensch die person die in dieser auf diesen in diesem beispiel die drei punkte nur hat bekommt den leider nicht da hätte er acht punkte sagen müssen aber acht punkte sind ja super schnell gemacht das kann man eine in einer woche schon machen genau bekommt diesen wunderschönen disney lokana pin und für die höchsten mit den meisten punkten gibt es einen wunderschönen zwölf punkte brauchen wir damit 12 punkte mindestens bekommt diesen wunderschönen lokana legenden was was stand drauf legenden counter zähler legenden marke aus dem hause ravensburger sollten wir von den übrigen promos zu diesem zeitpunkt auch noch welche haben dann werden die natürlich auch noch verteilt genau so das war im übrigen das ganze turnier jetzt schon wir haben die legenden marke wir haben die pins wie viele davon sagen wir euch natürlich nicht bei den promos haben wir es ja gesagt das ist relativ einfach die pins wissen wir gar nicht wie viel das sind ich habe sind wir nachgezählt sollte aber dabei stehen die dabei was wir gekriegt haben ja dann haben wir die promos das wahrscheinlich das wichtigste und was alle am meisten interessiert wir haben unsere tabelle und natürlich unsere punkte selbst die wir dann aufleben werden so solltet ihr interesse an dieser wunderschönen liga haben war was natürlich nur zum casual spielen und so weiter ist also kommt vorbei spielt habt spaß ihr könnt natürlich auch mit starter text spielen ist ja vollkommen egal es geht da rein ums spielen es geht rein um die community wir wollen sammeln wir wollen spielen wir wollen tauschen wir wollen uns zusammenfinden und das ganze disney lokana kartenspiel einfach zusammen zelebrieren und da finde ich die liga idee sehr sehr schön weil da dafür jeder mitspielen ob groß ob klein ob jung ob alt ob profi oder anfänger ist es völlig egal in diesem sinne ihr müsst euch nur an die gleichgesinnten zusammenfinden und mit den spielen weil mit aaron zu spielen macht zum beispiel weniger spaß aber auch extra ein deck bauen um spaß zu haben für die aber auch da sind ja tolle ideen hier drin genau ich meine also das franchise mit zwei decks finde ich super da müssen wir gucken was wir da machen gemeinsam stark könnt generell auch ein gutes deck sein gemeinsam stark darfst nur die gleichen typen spielen nur helden nur schurken nur prinzessinnen sowas ok was ich auch nicht schlecht anhört ist hallo freunde nur mickey mini gofi donald sowas im deck sollte vielleicht machbar sein ja das letzte ist halt super einfach für dich die kälte sie ist nun ein teil von mir wer muss eine erne und eine elsa im spiel haben habe drei verschiedene elsa und oder anna karten im spiel das könnte ich sogar mit meinem competitive deck hinkriegen genau ja wenn euch das natürlich gefallen hat diese idee mit der liga dann schaut doch was wie grinsekatz und hutmacher im spiel haben richtig das ist super so wann wir haben jetzt so am ersten dann würde ich gehen wer kommt raus das heißt wir starten am vierten september ich würde das so lass uns doch direkt am ersten alles muss ja das fängt ja in der woche an ja ja aber wir machen wir fangen an diesem tag an und spielen bis da oder bis da bis 10 spiel auf jeden fall ja dann fangen wir ab dem ersten an also ersten september verlängern wie bei unseren anderen liegen auch üblich machen wir machen ein pre release liga tag tage also wir machen drei tage mehr für die erste woche das heißt die erste woche geht dann vom ersten bis zum zehnten september genau die erste woche startet ab dem release tag von disney lokana ist der erste september 2023 und läuft bis zum zehnten und dann ist es immer wöchentlich vom elften bis zum siebzehnten wäre woche zwei 18 bis 24 september wäre woche drei woche vier von 25 bis zum ersten september bis zum ersten oktober die erste runde geht quasi den ganzen september genau die erste runde geht bis den ganzen september und dann am 30 september können wir schon die preise rausgeben wer da ist und das möchte und dann werden wir aussuchen und schauen wir mal wer die meisten punkte gesammelt hat in den zeitraum und der bekommt natürlich schon die ersten pins und die ersten promos dann kriege ich ein extra geburtstagsgeschenk liegt liga preise an meinem geburtstag ist perfekt genau wir haben alles gesagt zum thema liga ich hoffe euch hat es gefallen ich hoffe ihr konntet uns folgen und seid dabei bei der liga wir würden uns mega freuen dass diese liste hier die muss mindestens voll sein also mindestens es bietet sich ja sogar an für die liga an dem ersten zu kommen wenn es noch viele leute gibt die gar kein lokaler können weil dann könnt ihr denen das beibringen und punkte sammeln quasi ist das richtig kann man zwei fliegen mit einer klappe ja ich hoffe auf zahlreiche anteilnahme also das ding muss voll sein auch das ding also natürlich will ich da auch viele punkte sind weil einer allein mit einem punkt wäre ein bisschen traurig aber auch okay wenn nur die anmeldung ein punkt dass da hätte er ja gar nicht gespielt genau das würde ich würde sehr traurig aber schaut vorbei spielt lokaler es ist wirklich spielenswert es macht unheimlich viel spaß wir haben am wochenenden nur lokaler gespielt das war unheimlich trollig es hat so viel spaß in dem level also wir haben gedraftet genau mit starter decks gespielt wir haben mit competitive decks gespielt das hat alles mega viel spaß gemacht naja also das duell gegen dich weiß nicht spaß ja aber dafür können wir uns dafür können wir uns zu machen das schon zu lange ja lange rede gar keinen sinn kommt vorbei spielt lokaler abonniert den kanal verpasst kein video mehr und seid auch dabei wenn der aaron euch diese ekelhaften decks die er da baut auch vorstellt und ja das wird viel spaß viel spaß oder auch nicht wir haben viele decks zum vorstellen oder auch nicht du kannst ein deck ich kann viele ich wünsche euch einen schönen tag kann sein eigenes deck vorstellen ach du meinst das deck das ist das ist ein denn das ist dein deck okay bis zum nächsten mal macht's gut ciao und Untertitelung des ZDF, 2020